Hey, Mann! Was gibt's? Ich fiel. Ich übernachte bei May, aber wenn irgendwas passiert, geht Bescheid. Alles okay? Ja, und bei dir? Alles gut. Ich bin nur müde. Müde, hm? Das ist die Story, von der ich dir erzählt habe. Ich hätte gerne deine... Sieht toll aus, MJ. Ich werde sie dann lesen. Warte. Du hast den Anzug noch? Ich dachte, Connors hilft dir raus. Was ist mit Harry? Sorry. Hat das Zeit bis morgen? Ich bin so müde vom Eidechsenringen. Nöte. Sie haben gar nicht so viele Waffen. Checker Oberst. Stock. Verstanden? Durch die Fenster kann ich nicht raus. Ich muss nach unten. Ihr zwei kommen. Starten. Hier wohnt anscheinend nicht nur die Spinner. Ich bin schon unterwegs. Sie bewachen Vorder- und Hintereingang. Vielleicht kann ich durch den Keller entkommen. Bitte nicht quietschen. Oh, danke. Peters Werkbank. Netzschießer. Perfekt. Hey! Stopp! Schick das zweite Team. Sie sollen das ganze Haus ausziehen. Wer ist das? Ich muss an den Jägern vorbei, wenn ich zu Pete will. Er ist die nächste Straße lang. J3. Er reicht sicher, falls er zurückkommt. Wenn ich Pete nicht vor ihn finde. Wenn jemand neugierig wird, einfach umgehen. Gete gut! Crap will die Spille heute. Nicht überdring's draufheißen. Peter ist in Richtung der nächsten Straße. Vielleicht komme ich durch. Wer hat J2 erwischt? Wissen wir nicht. Bleibt in euren Bereichen. Falls wir was im Haus finden, melde ich mich. Verstanden. Ich gehe nachsehen. Jäger K.O. In der Graus wäre das getan. Hey! Was ist da draußen los? Was sagst du? Was bildest du dir ein? Gehen Sie rein! Leise! Er ist unterwegs zur Baustelle! Geht es da vorne auf dieser neuen Baustelle? Ja! 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 Wie viel mehr schief geht, desto aufregender finde ich es. Jetzt ist alles unerwartet. Ungeplant. Eine echte Jagd. Ja! Ja! Ich hab sie! Ja! 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 Und alle beide zu mir. Die Rotary hat echt Nerven. Hat ihm zu etwas angeboten. Jemand dezimiert uns. Bin hier auf der Spur. Ding 5 hat sich noch nicht gemeldet. Sie sind bestimmt der Spinne auf den Fersen. Sie melden sich, wenn sie fertig sind. Ja, aber wir wollen hier nicht. Ich hab was gehört. Wo ist der hin? Das Fenster. Peter, du musst unbedingt mit. Mal hört's. Über dir. Hinterher. Sorry, bin spät dran. Was ist mit Pete los? Er ist nicht er selbst. Ich glaube, es hat etwas mit dem Anzug zu tun. Es ist ein sogenannter Symbionz. Und ein Alien. Was? Also, er trägt ein Alien? Hilf ihm einfach mal. Bitte. Schon dabei, MJ. Spider-Man! Ich bin's! Er hat einen Tuniedeckel auf mich geworfen. Auf mich? Bist du sicher? Ziemlich sicher. Er hat vor dem Queensborough-Tunnel angehalten. Das sind überall Jäger. Ich bin dahin unterwegs. Lass die Jäger ihn nicht wieder davonjagen. Geht klar. Ich bewege mich. Werfe Granate! Der Tunnel! Er ist im Tunnel! Spider-Man! Stopp! Was ist denn los? Rede mit mir! Ich fand vorhin schon, dass er komisch ist. Aber das ist etwas völlig anderes. Als wäre er gar nicht da. Über uns! Die Spinne! Wow! Wow! Spider-Man! Ich bin's! Spider-Man! Weißt du noch? Jetzt komm endlich zu dir! Wie soll ich meinen College-Aufsatz ohne meinen Lieblingslehrer beenden? Ich bin Horst Darmai. Sie geht später! Er ist wütend! Und er hört mir absolut nicht zu! Dann müssen wir wohl was anderes probieren! Ich bin offen für Vorschläge! Der ist im Vorteil! Er ist wütend! Und er hört mir absolut nicht zu! Er ist wütend! Und er hört mir absolut nicht zu! Ich bin's! Ich bin's! Ich bin's! Sieh das wütend! Sieh das wütend! Du musst Pies und mich im Tunnel einsperren! Wenn ich mit ihm allein rede, kann ich ihn bestimmt da rausholen! MJ, ich weiß nicht, ob... Jetzt Pies! Oh Mann! MJ! MJ, geht's dir gut? Ja. Ich sehe Piep nicht. Ich... Warte mal. Warte! Ich... Ich will doch nur reden! Ich will dir nicht wehtun! Wo willst du hin? Stopp! Du wirst den Tunnel überfluten! Ich will das nicht! Geht? Ich weiß, du bist noch da drin, Peter. Ganz bestimmt. Wie sieht's aus, MJ? Wie läuft's da drin? Ich hab Peter, aber... er schläft. Ist das gut? Ich hab keine... Ich versuch, ihn zu wecken. Kannst du die Jäger noch etwas länger aufhalten? Ich versuch's! Vorsicht! Feuer frei! Also, wir machen hier ziemlich viel Lärm! Bald wird die Polizei hier sein! Kannst du veranzen? Kleine Spende? Ich wollt' euch nur sagen, dass ihr gleich vor Publikum verlieren werdet! Geh' ich das Ding, oder was? Geh' ich das Ding, oder was? Runter! Wir werden's nicht so weit machen. Ich darf ich nicht anschauen. Beziehung, Eitherue, oder was? Ja, oder? Ich嗚ży Entscheidung. Dannılan bis hier ist vorne! Ich电 also fanden Schuss! Alles die catsanlie hi Gasでしょう? So was kann denn jetzt? Das ist besser. MJ, ist Pete jetzt wach? Meins? Ich ver... Nicht! Wer sagt ihn? MJ! Äh... Okay. Ich muss da bald rein. Sobald ich mit denen fertig bin. Ha! Das kann sehen, nicht wahr? Ja! Ja. Viel besichtet! Ja. 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 Ah! Ja. Haltet ihn unten! Spiderman! Oh nein! Der Kran antwortet nicht! Hilfe! Moment! Halt! Spassi! Gern geschehen! Gern geschehen! Los, öffnen! Pete, wach auf! Wach auf! Gern geschehen! Es könnte wehtun! MJ... ...lauf! Ich wollte dir nicht wehtun! Kitsch! ...lauf! Gern geschehen! Gern geschehen! Gern geschehen! Oh Gott! Gern geschehen! Ich hoffe, bei dir läuft's besser als bei mir, Nelz. Wir haben den Tunnel abgesucht. Er ist weg. Vorerst. Aber er wird bald zu mir kommen. Er wird bald zu mir kommen. Okay. Wieso habe ich auf einer Parkbank geschlafen und warum fühle ich mich als hätte ich super geschlafen? Die Träume waren schräg. Die Träume waren schräg.